Wir sind in Lingen, wir sind in Lingen und ich habe einen wundervollen Besuch aus der Gegend. Guck mal hier! Wie soll das? Sieht auch fast aus wie Beyonce. Das sieht gut aus. Wie geil die Haare kommen. Ey das ist voll geil, ich will mitmachen. Will jemand die Schweine sülze, weil sonst esse ich die. Ich werde mit der Familie. Mich dazu damit einreiben, zu Hause und ins Brücke pushen. Jetzt kommt wieder ein Mikrofon. Wie geht's? Ja. Musik Musik Klingst auf Chosans Musik 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 Lalalalalala Irgendjemand hat mich entdeckt. Ich muss weg. Hey, Mannheim. Das ist die schönste Stadt Deutschlands. Viele sagen, alle sagen. Ich finde, jeder sagen alle. Ja, wo du uns immer wieder gesagt hast, oh Mannheim, schön. Du hast einen Grund, dein Gesicht zu beziehen. Ich liege in der Sonne dünne Gerichtspolitik. Holst du dir nirgendwo Inspiration oder so? Das Leben gibt mir Inspiration. Ich hab viel gesehen, weißt du? Das ist eher sehr viel. Zu viel fast schon. Eigentlich könnte man mir die Augen ausstechen. Ich hab alles gesehen. Musik, die ich gerne höre. Ich bin immer total verrückt nach der Deutsch-Rap-Rand-Neue-Playlist. Die Musik da, das ist Musik von Leuten, die Musik lieben. Steht K.I.Z. oben dran? Ich befürchte nicht. Aber ey, ich bin offen dafür, dass mir Leute Klicks kaufen. Also wenn da jetzt jemand Bock hätte, einen Hacker, das zu manipulieren und uns ganz nach oben zu bringen. Von mir aus gerne. Aber ich zahl keinen Cent dafür. Wir haben statt keins. Lifehack. Pinne lang statt klein. Lifehack. Milcharm besser reich sein. Statt zu diskutieren. Messer gleich rein. Lifehack. Wir haben statt keins. Lifehack. Lifehack. Hey, lass drauf! Hey, lass drauf! Aber ist auch so mal Spaß, gerne. Das ist schon geil. Nett. Aber was meinst du, was denkst du denn, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir sterben. Dass wir ungebracht werden für dieses Lied. Okay. Aber das ist ja... Das Schlimmste ist, dass wir ausgelacht werden. Das wäre allerdings schlimm. Für einen Song ausgelacht? Ja. Das ist hart. Ich werde ungern ausgelacht. Das Drittschlimmste wäre, wenn es gar einfach niemand interessiert. Keine Reaktion. Aber das bin ich gewohnt. Vielleicht werden wir reich mit der Nummer. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann kannst du mir das Geld geben. Das kriegen wir hin. Also es wäre schlimm, wenn streng religiöse Leute oder Feministinnen oder sonst wer sich angegriffen fühlt. Weil die wollen wir nicht angreifen. Das ist ein sozialkritisches Lied. Die Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Ja, genau. Richtig. Diese ausgeleierte scheiß Ausrede dafür, dass du einfach ein Schwein bist, ne? Ja, genau. So kann ich Texte aus der Schweineperspektive... Schweineperspektive... Texte direkt aus dem Schweinestall spitten und keiner kann mir was. Ich liebe Schweine irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, Alter. Hey, weil die sau süß sind, Mann. Die sind süß, die sind schlau. Ich bereite mich jetzt auch auf der Gimper vor. Ich werde mir diese Wärtslasche warm machen. Wir brauchen Pelzmäntel für den Winter. Dicke Pelzmäntel. Die dicke, sehr teure. Die würden mir das Weihnachtsfest retten. Slit. Ich geh nicht ins Kino. Ich fick lieber. Wicküller, 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 Wicküller. Ich geh nicht zur Arbeit, ich kiff lieber. Ich geh nicht zur Arbeit, ich trink wieder. Wicküller, Wicküller, Wicküller. Uh, was geht ab? Wir klauen euer Geld und kaufen uns davon Schnaps, alle, alle sagen Uh, was geht ab? Die beiden haben Geld und die beiden haben Schnaps Uh, 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 uh I just got paid and I got a little money to burn I gotta get late, gotta find me a sexy girl Bring os alle um Boom 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 I gotta get late, gotta get late, gotta get late